Ach, guck mal hier, Tommy-Haus, fantastisch. Naja, hier hab ich ja mal gewohnt, zwei Wochen und alles. Na gut, dann bin ich wieder raus und mein kleines Pokerturnier veranstaltet hab. Das Fahrrad nicht ganz so erklärt, aber es hat sich alles wieder geklärt. Und ich bin ein absoluter Ehrengast. Dann muss ich jetzt ein Ei runtergefunden haben. Ein Irrtum, ich kläre das alles ab. Ich will mich später nochmal.